Einladung, bitte. Euren Mantel, bitte, Sir. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Verzehrt, bitte. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, yes, beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Entschuldigt, Primaaz. Entschuldigt. Verzehrt, bitte. Du kannst dich, dass ich die Wahrheit verletzen werde. Tom Gagg, Sir, ist verletzend. Oh, Lazy Tom. Wenn ich ihn den Zeitpunkt habe, ich habe ihm gesagt, was wir kommen zu, wenn er nicht verletzend sein kann. Das ist Todesendung ohne Repriebe. Ich bin Abends für Bucket. Für Tom Gagg. 40 Pounds. Ich werde jetzt die Sleino, ich werde sie von der Konkretung verletzen. So ich kann mehr von meinem Ersteigen. Ich weiß nicht, dass sie mehr Götter in unsere Locktee sind, als alle fünf in der Gegend. Und in Wahrheit, es ist eine Schmerz zu verlieren, einen guten Kunden zu verlieren. Wenn die Gegend nicht in der Gegend erneut, sie kann, in der Kommerkaufs-Business, leben 12 Monate mehr. Ich liebe es, die Frauen zu schlafen. Ich kann es sagen, dass sie immer die Ende des Lebens in der Vergangenheit ist, weil es die Werte der Gegend auf die Gegend ist. Außerdem, hier, die Verlust hat keine Rewards. Der ist das. Ich habe ein wenig Lampenfieber. 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 Ja, aber dann hättet ihr es gewusst. Falls es hilft, es tut mir leid. Ja, mir auch. Ich habe ein wenig Lampenfieber. Der Rang an der Bühnenseite. Ich habe ein wenig Lampenfieber. Ich habe ein wenig Lampenfieber. Es ist doch auf dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Ich bleibe groß. Sicher ist. Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Los, Bewegung! Hey! Wohin wollt ihr? Ich will hier raus. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Er geflieht und breit. Wie ihr befehlt.